hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen dassler dvc4 video und in diesem video geht es einzig allein um diese beiden button und was der unterschied ist früher erkennt es ja aus der dvc3 diesen effekt button den man im live modus einstellen kann das hier ist sowas ähnliches es gibt hier nur einen ganz kleinen unterschied und den werde ich euch in diesem video mal zeigen dieser button hier ist sozusagen nichts anderes als wenn ihr ein screenshot von der szene macht aber auch nur eine momentaufnahme das heißt da bewegt sich nichts das ist einfach nur ein screenshot das heißt wenn ich jetzt zum beispiel hier mal einen rainbow effekt laufen lassen habe und genau im richtigen moment weiß er nicht bei dabei pink mal drauf drücke dann seht ihr erstellt hier unten neue szene was auch ganz wichtig ist der erstellt die szene immer genau in der gruppe wo ihr quasi die szene angewählt hat also wenn ich jetzt hier klicken würde würde der hier drunter diesen snapshot erstellen so jetzt gucken wir uns das mal an wenn ich jetzt mal hier drauf klicke dann sehen wir das ist genau eine momentaufnahme von dem moment wo ich da drauf geklickt habe und nichts anderes da bewegt sich nichts das ist einfach komplett einheitlich und komplett starr kommen jetzt zu dem rechten button der rechten button ist eher so ein ähnlich wie der effekt button bei dvc3 und da könnt ihr folgendes machen wenn ihr jetzt zum beispiel hier die moving heads habt und sagt ja ein rainbow effekt ist ja ganz schön und gut aber ich will vielleicht auch noch mal zusätzlich noch mal an gobos bei dem movie jetzt aktivieren dann gehen wir hier unten auf die moving heads gruppe und aktivieren zum beispiel mal hier die 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 gobos könnt ihr machen indem ihr rechtsklick auf den kanal klickt wusste ich bis dato auch noch nicht dass das geht und dann könnt ihr da einfach zum beispiel mal sonst da auswählen und denkt euch ja das sieht ganz schick aus und das ganze packen wir jetzt mal eine neue szene das heißt ihr klickt einfach hier oben auf diesen button und dann erstellt euch eine neue szene wo dann nur diese sterne mit integriert sind und wenn ihr jetzt den rainbow effekt laufen lassen habt und da ich denke cool ich will jetzt noch ein bisschen die die sterne mit dazu schalten könnt ihr hier einfach auf diese szene die wir gerade erstellt haben darauf klicken und dann seht ihr schon dann werden die sterne hinzugefügt und dann könnt ihr es immer ab und zu wählen also ähnlich wie die verwendung bei dvc3 mit dem effekt button im live modus ist letztendlich hier nichts anderes solltet ihr noch weitere fragen haben könnt ihr die gerne unten unter das video posten und wie am ende sage ich practice and enjoy